hallo und guten abend ihr lieben ich hoffe es geht euch gut ich warte noch einen kurzen moment bis noch ein paar leute dabei sind und dann starten wir mit der heutigen freitags meditation freue mich immer sehr wenn ihr da live mit dabei seid aber natürlich auch über jeden der sich das video dann später noch mal anschaut und ich habe heute gedacht das haben wir schon eine weile nicht mehr gemacht ich habe heute ein paar affirmationen mitgebracht und zwar affirmationen für den abend affirmationen zum einschlafen zum ruhigen schlafen und auf dieses video könnt ihr dann vielleicht mal eine ganze woche lang abends zurückgreifen und euch bis immer abends vor dem schlafengehen anhören wenn ihr schon im bett liegt oder kurz bevor ihr ins bett geht und dann einfach mal beobachten was passiert wenn ihr das wirklich mal eine woche lang macht also von heute an bis nächste woche freitagabend wenn es dann eine neue meditation gibt einfach mal zu schauen wie das zum einen euer einschlafverhalten verbessert euren schlaf verbessert aber wie ihr dann auch am nächsten morgen aufwacht affirmationen sind positiv formulierte sätze in ich form die unser unterbewusstsein positiv beeinflussen und ihr könnt affirmationen am besten hören entweder frühmorgens kurz nach dem aufwachen oder eben abends wie heute kurz vor dem einschlafen weil da unser unterbewusstsein am empfänglichsten dafür ist man kann affirmationen aber auch über den gesamten tag verteilt hören affirmationen sind auch super geeignet um die so nebenbei zwischendurch zu hören ich mache das halt super gerne dass ich morgens mit positiven affirmationen in den tag starte und das dann auch gerne höre wenn ich mich im bad fertig mache wenn ich das frühstück fertig mache oder einfach mal tagsüber also ich lege mich auch gern mittags mal so 10 15 minuten hin und höre mir einfach nur positive affirmationen an also das kann ich euch so oder so sehr ans herz legen und empfehlen und wir starten jetzt gleich mit den heutigen affirmationen für einen guten schlaf und ihr könnt euch überlegen ob ihr es euch jetzt bequem machen wollt und euch irgendwo schön hinsetzen wollt oder ob ihr euch vielleicht schon in euer bett legen möchtet so oder so schaut einfach dass ihr die nächsten minuten nicht gestört werdet macht euch bequem kommt hier an und und seid in dem bewusstsein dass ihr jetzt nichts tun müsst nichts leisten müsst einfach gerade nur sein dürft und dann lege oder setze dich bequem hin komme zur ruhe und schließe deine augen atme zu beginn nun einmal tief in den bauch ein halte die luft kurz an und atme lang wieder aus und noch einmal tief in den bauch einatmen die luft kurz an halten und lang wieder ausatmen lasse deinen atem nun ganz normal fließen sollten gedanken kommen dann halte nicht an ihnen fest lasse sie einfach wie wolken vorüber ziehen konzentriere dich dann einfach wieder auf deinen atem und meine stimme und nun stell dir vor wie eine welle der entspannung durch deinen gesamten körper fließt diese welle der entspannung startet oben an deiner stirn fließt durch deine stirn über deine augen über die wangen und über den kiefer kannst alles loslassen locker lassen und dich entspannen die welle der entspannung fließt weiter über deinen hals in deinen nacken und lass jetzt ganz bewusst den nacken los die welle der entspannung fließt über deinen brustkorb in deinen bauchraum und alle deine inneren organe können sich jetzt entspannen die welle der entspannung fließt in deinen rechten arm bis zu den fingerspitzen und in deinen linken arm bis zu den fingerspitzen die welle der entspannung fließt in deinen oberen rücken und in deinen unteren rücken und du kannst jetzt loslassen und dich entspannen die welle der entspannung fließt über deine hüften in deinen rechten oberschenkel deinen rechten unterschenkel bis in den rechten fuß und auch in deinen linken oberschenkel deinen linken unterschenkel in deinen linken fuß du bist nun vollkommen entspannt von kopf bis fuß und nun lausche einfach meinen worten ich lasse heute los ich lasse angst sorgen wut und schuldgefühle los ich lasse ängste und stress los ich lasse die schwere des heutigen tages und das gewicht auf meinen schultern los ich lasse die negativen gedanken los und behalte die glücklichen im schlaf werde ich die freiheit finden wieder freude und frieden zu erfahren ich verzeihe alles alles was geschah musste passieren und ich hätte nichts ändern können oder sollen und so habe ich es losgelassen und das leben so gelassen wie es ist ich vergebe den menschen ich vergebe der situation und ich vergebe mir selbst ich vertraue dem leben und fühle mich sicher ich erlaube mir heute nacht die augen zu schließen und morgen erfrischt wieder aufzuwachen ich darf in einen guten schlaf entschwinden mein körper mein geist und meine seele sind ihrer ruhe würdig was ich heute getan habe ist genug ich bin und habe genug und jetzt gönne ich mir zeit mich auszuruhen ich bin dankbar ich bin dankbar für dieses leben ich bin dankbar für die menschen die meine lehrer sind ich bin dankbar für die lektionen die das leben mir gebracht hat ich bin dankbar für die liebe die ich empfange gebe und teile ich bin dankbar für das licht der welt ich bin dankbar für die dunkelheit der nacht in der ich heute nacht friedlich schlafen werde wenn die nacht dunkel wird verblassen meine sorgen ich schlafe friedlich weil ich weiß dass ich für heute alles getan habe was ich tun konnte ich umarme meine träume denn morgen wird ein neues licht und eine neue kraft kommen ich schlafe ein meine träume liegen mir am herzen und alles ist gut möge mein schlaf friedlich sein mögen meine träume von liebe erfüllt sein möge meine seele zu den unendlichen möglichkeiten des glücks in meinem leben erwachen ich wähle den frieden ich schließe meine augen und entscheide mich dafür wieder mit neuen augen zu sehen jenseits dessen was meine physischen augen sehen können der frieden ist meine priorität der frieden beginnt bei mir und es gibt frieden in meiner seele ich stimme meinen herzschlag mit dem schlag des universums ab ich bin in harmonie mit der nacht und dem schlaf der damit einher geht es gibt jetzt keine trennung nur einen herzschlag der langsam und friedlich schlägt damit wünsche ich dir eine wunderbare entspannende gute nacht und wunderschöne träume dann 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 dann